so freunde zurück ich hoffe es läuft jetzt sie dass ich auch mal dass ich hallo team ist sehen geht nicht schon zu ändern oder was mit dem weg kommen ich weiß nicht hallo ich kann das team ist ja nicht wechseln spektatoren will ich aber nicht ich will jetzt hier geht doch so ap ap zu viel AP Frick Okay, mal wegmachen Ach scheiße, viel mehr erreicht da nicht Na gut Sorry, es war nett oder verschwinden Oder nicht oder verschwinden Äh, vulgar Sprecherpan, ja, Stimme zu Ach, diese üblichen Regeln, die man kennt Von diesen VLC-Dingern Auf geht's, CCO haben wir drauf Tacke, ich hoffe, ich kann diesmal die Insurgents noch sehen Wenn ich von irgendwas unsichtbarem erschossen werde Also von irgendwo und ich sehe es nicht Dann wüsste ich, sind wir unsichtbar Ich schmeiß mir A in die Boah, die Muchen nicht schmeißen Oah Team Mitglied auch noch Scheiße Ich muss nachladen Ich muss nachladen Oh Oooo Gagge Scheißel Clyde aus, Freunde Und mal probieren ich sehe ihn nicht, ist er noch da hinten, ja ist er komm raus, komm das wurde ein Fehler ja, das ist bei mir auch wenn ich ihn nicht gesehen hätte, hätte er mich jetzt genauso weggeschneckt so, Messer, noch einen neuen Entsichern so jawohl ich frage, wo kommen sie jetzt haben wir die Kriegenunterstützung nur die Wellen, das ist sehr gut oh, war eine Flasche, wir haben Glück gehabt unser, unser Russischer Kamerad hier was, ich werde nicht überlebt oh, jetzt habe ich ihn ah, danke all weh oh überhaupt weh weh Was ist das? Ich werfe eine Granate! Da drüberspringen ist auch nicht so ein Duck-Sprung, wie das heißt, da kommst du auch nicht so rüber. Machen wir doch, machen wir doch. Da fahrst du ins Einer, ganz schön. Ach, jetzt haben wir ihn gekickt, ok. Na gut, geht doch. Das kann man auch machen. Ja, und was steht an, morgen Livestream? Nur zum Hinweis, die es nicht vergessen tut, wenn nicht bei mir, nämlich abonniert, Glocke anmachen, dann wisst ihr's. So, wenn ich jetzt immer Livestream oder so, wenn ich was schreibe, dann seht ihr das. Kommt bei euch oben rechts so eine 1 oder 2, kommt euch an, wie viele Nachrichten man hat. Und dann wisst ihr, uh, eine Nachricht von einem Abonnenten. Oder halt, man hat eine Antwort gekriegt. Ich wechsle mein Magazin! Ich werfe eine Abgranate! Ich lade nach! Vielleicht komm noch da bis unten rein, oder? Ne, das ist so. Wann riss ich runter hier? Dann muss man wieder von unten probieren, ja. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja, genau. So. Da oben ist eine ganz schlechte Idee. Ja, ja, smoken sie alles zu. Extra schon. Scheiße. Bleibt das Team? Kann ich Verstärkung kriegen? Geht doch. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, ist aber. Wir haben den Feind in Nordwesten. Komm mal raus da hinten in dein Egger. Wir haben den Feind in Nordwesten. Furt'n Feind? Ich hoffe, manches hier auch. Nur an welcher Kisten schießt hier. Ich schau' die Finde. Ich schau' die Bautant. Scheiße, woh? Da hinten. Scheiße. Ist der andere Idiot. Scheiße. Mal nachhören. Im Norden! Wörstlich ist der Feind! Helft mir! Ich brauche jetzt Verstärkung! Scheiße, hier sind wir zu viel. so haben wir gleich hoffe ich unsere welt dann schauen nicht mehr so gut aus sie haben mehr als wir müssen nicht so oft sterben aber zumindest sehr gut wenn man es jetzt so genau nehmen will sie sind ja auch nicht blöd die könnten ja auch wenn sie schlausen einfach von hinten kommen dasselbe überraschungseffekt ist von von der rind brechen einfach und alle mit oder zwei drei mit einer granate weg holen ist dasselbe effekt es kommt ja nichts an wenn man denkt es kommt wirklich nichts denn bahn ist voll serviert aber richtig ja noch wer da aufnehmen bist du ja das möchte ich auch noch mal nimmt jetzt das als scheiße nimmt jetzt die folge und die verdorffolge die ich heute mache auch für morgen weil für gestern mit weil ich hatte gestern gegen bock mal noch mal was aufzunehmen ich war gestern nachts noch noch drei vier um noch habe das aufgenommen waschen halbtot am rechner weil ich so müde und doch die messe hast du die falsche datei endung es hast du vlf flv anstatt mp4 aber das kann doch jetzt ernsthaft die sein weißt du dachte mir so ist das so schön als fertig gemacht hat endlich bitte noch mal gucken ob alles richtig ist und wenn man denkt sie die menschen hat man gleich wieder so ein so ein haus zwei so ein haus hast du richtig haus ich höre hier vorne ab und die kommt von links auch von rechts auch gleich kommen sie unsere leute oh die ja jetzt wird es kritisch jetzt rauchen sie uns ein ja ich weiß nicht wo ich bin hier voll alleine ich höre nur granaten klimpern scheiße ich habe nicht gesehen ich habe gerade wahnsinnig guckt gerade von den kogni links was das war denn das für ein scheiß er hoffen der den jetzt nicht gekriegt das klare spiel ich weiß aber ich sage richtige kacke gerade was wir liebst du angreifen was machen der kopf ist von mir kriegt ich schmeiß meine freck rein leben ist nur man sieht nicht so viel schweiß eine welle noch sie das schöne das auto verschümmeln nicht erschießen und jetzt aus dem winkel hier muss es kommen links hinter mir schweiß ich habe ich 21 vielleicht doch doch so wie kann er bloß so wie schüsse schlucken wo hinter mir ich wusste doch sehr schön will scheiße dreck fahrgtes nein sorry wie ein ausdruck scheiße haben wir die positionen verloren vorerst sind schnell machen Dreck! Dreck! Einfach nur Schein! Einfach nur Dreck! Ich schmeiß auch eine Kamerad! Köpfe runter Kameraden! Achtung! Ich werfe eine Grippe! Ich lade nach! Links sicher, rechts sicher! Ah, da vorne, aber da komme ich da rum! Da komme ich rum! Ich könnte es probieren, aber hier ist, glaube ich, der Sporen, ne? So, jetzt schnell weg hier! Jetzt nehme ich das Sporen! Jawohl! Da ist einer nachladen! Oh Scheiße! Ich habe noch eine Frack! Warum habe ich noch eine? Fuck! Habe ich den erwischt? Ne, wohl kaum, so schnell doch nicht! Guck jetzt mal aus! Ne! Ich schmeiß noch mal einen hier vorne hin! Oh! Wunderbar! Eine Minute noch, Kameraden! Eine Minute noch! Links war was? Ich weiß es aber nicht genau! Ja! Ja! Hier hinten hinten, da hat er gehört! Das, das, das Taschenrauschen! Guck jetzt mal! Ich geh mal außen rum! Hey, guck, okay, weiter, 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 weiter! Wo ist er? Oh! Ich wusste ja mal irgendwo! Oh! Oh, was knapp, wir hätten es noch verlieren können! Wie jetzt hier gesichert hätten, hätten sich noch eine Welle gut machen können! G-G, würde ich sagen! Wunderbar, lief doch super! Ja, damit würde ich sagen, war es auch! Wir haben die 15 Minuten Mark wieder erreicht! War länger als, hm, naja, 12 Minuten, 10 Minuten! Guckt ihr meistens eh nie! Ne? Also, darauf beziehe ich mich jetzt nicht hauptsächlich, aber ich meine bloß, da passt das so eine Viertelstunde, passt doch jetzt gut vor meiner Zeit auch her! Und, ja, ich muss sagen, danke fürs Zuschauen! Und, bis zum nächsten Mal! Tschüss!